Was geht Leute, damit auch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video und zwar war Season Reset, wir fordern zuerst die Gratissachen im Shop ein und zwar Leute kann ich mir mit den Star Punkten eine Mega Box und eine große Box öffnen und mir fehlen noch Colette und Lou und wenn ich einen von den beiden Brawlern ziehen würde, einfach auf gut Glück, wäre einfach zu wild und wir haben ein fettes Angebot, ich weiß nicht ob ich auch darüber ein Video machen soll, wenn ich es öffne, also lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ich dir das Angebot auch kaufen soll, jetzt Mega Box, nichts, Amber, gehe jetzt die große Box, let's go und ein Verbleibender, als ob Leute, wenn das jetzt ein neuer Brawler ist, bitte Lou oder Colette, komm schon, komm schon, let's go, ein Verbleibender, wie schön blinkt das, schade, schade, so Leute, wir testen natürlich 8bitz ein Gadget, man kann, wenn man sein Gadget drückt, urlange schießen, mit der Ulti ist es einfach zu OP, ihr seht, da zerstört man alles weg, also das Gadget, nice, dass ich es auf jeden Fall gezogen habe, ist auf jeden Fall mega gut, kann man 8bit, gut, so Leute, next round, zwei Leute, kann man mit 8bitz wirklich gut pushen mit dem Gadget, also das macht richtig viel Schaden, ich zeige es euch mal, wie viel es ohne Roboter und so Schaden macht, mit einer Attacke und Ulti natürlich auch, okay, wir warten, bis die angreifen gehen, so, jetzt Leute, schaut genau hin, let's go eh, ich bin gespannt, wie viel Schaden und, Attacke, let's go, wie viel Schaden, 30%, Leute, eine Attacke mit der Ult macht 30% Schaden, wie OP ist das denn, und wahrscheinlich hätte ich es gescheit gemacht, dann hätte ich locker 50% Schaden machen können, oh mein Gott, wie heftig ist das bitte, 8bit ist auf jeden Fall OP mit dem Gadget, also wie gesagt, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ich mir das Angebot kaufen soll mit die 12 Megaboxen, weil da, wenn ich, das ziehe ich safe, Colette oder Lou, ah, bin ich gespannt, Leute, wie viel Likes wir schaffen auf das Video, let's go, und schreibt in die Kommentare, welche Brawler euch noch fehlen, das würde mich wirklich mega interessieren, ach, die spawned jetzt, okay, die greifen jetzt an, eh, ja, okay, wir gehen rein, all in, come on, let's go, schaffen wir 50%, nein, er spawned, sonst wäre safe knapp geworden, nein, oh, 8bit wird, glaube ich, locker 45% Schaden machen, und meine Mates, was hätte ich mir anders denken können, boah, die, nein, was machen, nein, was machen die, oh mein Gott, oh mein Gott, meine Random Mates haben wahrscheinlich noch nie, äh, Siege gespielt, und wissen nicht, dass man den Roboter defen muss, sonst schafft es die Belagerungsmaschine hinten nicht, also die eigene, die man hat, die das verteidigt, eh, come on, let's go, wir brauchen die Belagerung, und, mhm, Ja, Leute, zu guter Letzt haben wir noch gewonnen, aber, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ich mir das Angebot kaufen soll, ist auf jeden Fall, wow, fünffacher Wert, oh mein Gott.